BMW in Bayern, das bedeutet Wettbewerbsfähigkeit und technischer Fortschritt. Ja, wir bekennen uns zu Hochtechnologie, genauso wie sich BMW zu Hochtechnologie bekänzt. Das ist eine unabdingbare Notwendigkeit für den Wirtschaftsstandort Deutschland und Bayern. Ich glaube, es darf nirgends günstige Bedingungen für Hochtechnologie geben wie bei uns hier in Bayern. BMW in Bayern, das bedeutet weitsichtige Manager, kreative Ingenieure, qualifizierte Facharbeiter, verlässliche Kapitalgeber. Das Unternehmen bietet 66.000 zukunftssichere Arbeitsplätze und fast 2.700 Top-Ausbildungsplätze in unserem Land. Ich bin zuversichtlich, meine Damen und Herren, die BMW-Welt wird dazu beitragen, dass die Menschen auch in Zukunft gerne diese Marke kaufen, dass die BMW-Arbeitsplätze in Bayern sicher bleiben, dass BMW sich weiter an der Spitze hält, dass BMW und Bayern sich als Marke gegenseitig unterstützen. Ich bin zuversichtlich, meine Damen und Herren, die BMW-Arbeitsplätze in unserem Land. Ich bin zuversichtlich, meine Damen und Herren, die BMW-Arbeitsplätze in unserem Land.